Hallo zusammen, mein Name ist Elie Reza Raffi und mache Lehre als Formbäuer bei Firma Honegger Forming. Und ich nehme euch jetzt mit zu meiner Arbeitszeit. Meine Eltern denken, dass ich den ganzen Tag im Wegsteht nur mit dem Holz arbeite. Viel mehr arbeite ich aber auch mit Kunststoff. Was ich sehr gerne in meiner Lehre mache, ist mit CAD-Programm unterschiedliche Modelle konstruieren. Aber was ich am liebsten mache, ist die Modelle nachher herstellen. Drei Wörter, die der Lehre als Formbäuer beschreibt, sind technisches Verständnis, haben wirklich ein Geschick und bereiten am Arbeiten. Und falls du dich angesprochen fühlst, dann kommt ADESWESG zum Messerstand von Formbäuern.